So hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht wieder weiter. Oh. Den hab ich ja gar nicht gesehen. Oh. War ein blöder Einstieg, geb ich zu. Ja und jetzt? Und zwar hinter meinem Rücken. Was ist dein Problem? Willst du keine Frau in deinem Squad? Ich hab kein Problem mit Frauen, aber ich hab eins mit Lügnern! Jetzt hört auf! Wir haben eine Mission zu erledigen. Denkt an die Leute auf der Valkyrie, die ihr gerettet habt. Sie verlassen sich auf uns. Fuck! Frauenhass. Hilf mir mal, Rekka. Ich traue ihr nicht. Sie verbirgt was. Halt's im Auge. Weiter geht's, aber schnell. Oh. Ich glaube, ich kann die Flugzeuger sehen. Flugzeuger? Alter, was sehen die denn? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich sie rauskriege. Schluss. Der Sturm wird nicht lang anhalten. Okay. Hinter die Autos. Boah. Finde ich geil. Granate. Zeige mir. Zeige mir. Wer das tut der Schuss? Ah. Oh. Geben die an Scheißgranaten. Gehen mir alle auf den Sack. Alle. Los, 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 los. Alter. Was zum Sturm. Das finde ich aber irgendwie unlogisch. Wir können hier ganz gechillt laufen und der Sturm, der weht das Auto weg. Also irgendwie sehe ich da keinen Sinn. Scheiße. Mist. Er schreckt fest. Okay. Okay. Wir holen dich raus. Hilf mir mit dem Ding. Ich versuch's. Oh. Ich hab doch zum Brücken schien. Okay. Geben. Dein Arm schrei. Kontakt. Ich ziehe auf. Ziel am Boden. Gut. Okay. Okay. Soll es zum Wagen. Weg. Scheiße. Heller. Überprüft die Handbremse. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Wir haben sie. Nein. Das wird teuer. Wir müssen von dieser Brücke. Es ist zu gefährlich. Wir lassen dich nicht zurück. Hier bleibt keiner zurück. Schieb. Gib mir einfach deine Hand. Das muss doch gehen. Dieser klappt das nicht. Hängt der irgendwo fest? Der Gurt. Der hängt den Gurt fest. Dann los. Halt. Was ist das? Ein Schiff. Ein Riesen-Schatz. Sieh. Heute der Luft ist weg. Ich bin frei. Aber auch vielleicht tot. Oder auch nicht. Ich lebe. Weil wer weiß, wo wir sind. Da sind wir. Komm schon. Das scheiß Wasser war so arschkalt. Dieser Verlust, der elende Sau-Diner. Shh. Nicht so laut. Hört nicht. Ach gut. Meine Waffe habe ich auch. Muster-Kanalisation. Hört zu. Wir sind direkt unter dem Flugfeld. Woa. Wie zittert. Ihr Dreckskinder. Nein. So. Kurz Moni einsacken und gleich weiter. Dann machen wir auf. Oh. Dann machen wir mal so groß halt wird, in einer Kanalisation zu sein. Ja. Fühlt sich gut an, aus dem Sturm raus zu sein. Hast du die Flares, Peck? Keine Sorge. Hab ich. Okay, Peck. Was jetzt? Wir müssen nach oben und die Koordinaten bestätigen. Nein, nein. Wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay. Koordinaten bestätigen, Signalpistole abfeuern und verschwinden. Schaffen wir. Und jetzt rennen sie. Voll Idioten. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Irish und Wrecker schon ewig. Genau wie Dunn. Er war der Spotleader. Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Was ist mit Dunn? Den hat das Meer geholt. Ich. Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Hoffentlich werden die mal zu der Arm. Huch. Waffenlager, Wrecker. Was war das denn? Hoffentlich werden die zu der Frau mal ein bisschen netter. Stimmt. Ein, das und mal. Ach, Schatz. Konzentration. Ja. Schau. Achtung. So ein Idiot, der steht da. Jetzt aber. Da oben rennen sie. Wie die Weicheier rennen sie da oben. Oh. Oh. Total ungefährlich hier bei Flugzeugteilen mit Pistolen, um uns zu schießen. Was heißt Pistolen mit dem? Oh. MGs. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Wow. Wow, was ist denn mit der... Der Ton ist irgendwie... ...nicht... ...so wie er sein sollte. Was ist denn da gerade los? Ah, jetzt. Alter. Schusch. Schusch. Hört doch auf zu nerven. Mann. Ihr hättet mir echt mal ruhig helfen können. Ja, ich muss wieder als erstes. Das ist auch doch nicht. Ei, ei, ei. So, Changi Airport. Eine Tribal Seven. Von einer Airlines, die ich nicht kenne. Du hast hier nicht das verdammte Kommando ermittelt. Was ist dein Problem, Irish? Hott schau'n Leute nicht mehr lang. Das ist keine Originalmaschine. Oh, wenn Sie die Lippen sind, haben Sie nichts gekannt. Ganz genau, du hast nichts für mich getan. Wo ich herkomme, muss man sich Vertrauen verdienen. Wieso hat die Lippen bewegt, obwohl sie nichts gesagt hat? Oh, der Hangar. Ach, geil. Das feiere ich ein bisschen, um ehrlich zu sein. Wir müssen anreifen. Wir müssen feuerlich schnell, verdammt. Vorsichtig. Und jetzt? Nein! Nicht lustig. Gar nicht lustig. Ah. Scheiß Position. Alter. Wie das ruckelt. Oh. Granate. Haltet euch links. Go, go. War eigentlich klar, dass das Flugzeug hier hochgeht. Ich mein, warum nicht? Ist ja nur Sprengstoff in der Nähe. Es fliegen Kugeln durch die Gegend. Warum sollte das Ding noch irgendwie in die Luft gehen? Fuck. Fuck. Ich hab' das andere Visier drauf. So. Jetzt kann ich auch besser gezielen. Nein. Ich stehe mal gleich in die Luft weg. Du bist weg. Shotgun. Das wird, glaube ich, in eine Riesenexplosion gehen, wenn der ganze Hangar hier in die Luft geht. Sniper. Was? Weeeeee. Deckung, Deckung, Deckung. Komm schon. Scheiß Schnapper. Na also. Die, die haben scheiß Granaten. Die gehen mir damit so auf den Sack. Okay. 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 Können wir nicht mal so eine schöne Panzerfaust hier reinziehen? So. Da so. So. Nee. Nicht. Gut. Äh. Nummer 4 war die dann. Genau. Und jetzt bräuchte ich noch einen Schnapper. da. Ah. Stirb. 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 So. Scharfschutz ist aufgeschichtet. Da haben wir noch einen Schnapper. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Weg damit. mit der auch. Jawoll. Das war's mit dem Flugzeug. Ah. Hab schon gedacht, die Fässer gehen nicht in die Luft. Okay. Scheiß Idee. Scheiß Idee. Scheiß Idee. Scheiß Idee. Oh. 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 Der geht nicht kaputt. Muss man immer einen Kopfschuss. Sag mal. Na also. Können die sich nicht freiwillig ergeben? Immer muss man hier nachhelfen. Wie bei der Politik. Wie jetzt. Scheiße. Gold. Jawoll. So. Moment. Ich brauch ne neue Moni. Äh. Ne neue Waffe. So. Ist die das? Ja. Das ist die. Nein. Mhm. Konzentration. Fehlt. Gut. Ich mach aber gleich wieder ne Aufnahmepause. Nur ne kurze Aufnahme. Ey. Ich kann mich irgendwie nicht mehr konzentrieren. Bin fertig von der Woche. Und ne. Nicht alles nochmal. Mal. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann machen wir das ganze. Den ganzen Geschirr so nochmal. Und diesmal ein bisschen mehr mit Stil. Diesmal nehme ich mir jetzt einen Sniper mit wenn ich eins hab. So. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf Youtube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas was du gut findest was nicht. Liken, abonnieren irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich wenn du wieder dabei wärst.